In diesem Video geht es um die sogenannte 3D-Summen-Funktion. Diese 3D-Summe gibt mir die Möglichkeit, Berechnungen über mehrere Tabellenblätter durchzuführen. Im unteren Bereich dieser Datei sehe ich verschiedene Tabellenblätter, nämlich Gesamtumsatz, Innsbruck, Salzburg, Lagenfurt, Graz und Eisenstadt. Wenn ich jetzt in die verschiedenen Tabellenblätter hineinschaue, dann finde ich hier zum Beispiel in Innsbruck die entsprechenden Werte vom 1., 2., 3., 4. Quartal und in der Zeile 6 die Gesamtbeträge in Form einer Summe. Genauso finde ich das in Salzburg, in Klagenfurt, in Graz und in Eisenstadt vor. Und ich möchte jetzt im ersten Tabellenblatt Gesamtumsatz in der Zelle Bertha 2 die Summe des ersten Quartals ermitteln und zwar über alle Städte von Innsbruck bis Eisenstadt. Dazu stelle ich mich in die Zelle Bertha 2 hinein und rufe die Summenfunktion auf. Die finde ich ja im Register Start ein bisschen weiter rechts. Der Computer trägt mir in dieser Zelle das Istgleichzeichen und den Funktionsnamensumme inklusive des Klammerpaars ein. Aber er kann mir natürlich nichts vorschlagen, weil er in den benachbarten Zellen keine passenden Zahlenwerte finden kann. Also bis jetzt ist es ganz genauso wie bei der Summenfunktion. Jetzt muss der Computer nur wissen, wo findet er die entsprechenden Inhalte. Und dazu muss ich auf die anderen Tabellenblätter verweisen. Ich wechsle also zum Tabellenblatt Innsbruck und sage dem Computer, schau bitte in diesem Tabellenblatt in die Zelle Bertha 6 hinein. Wenn ich mir jetzt die Bearbeitungsleiste anschaue, dann sehe ich innerhalb des Klammerpaars Innsbruck Rufezeichen Bertha 6. Der Computer stellt mir hier also nicht nur den Zellbezug, sondern getrennt durch ein Rufezeichen auch den Namen des Tabellenblattes dar, damit eine eindeutige Identifizierung dieser Zellen möglich ist. Würde ich jetzt auf Salzburg klicken, dann würde der Computer den Eintrag ändern und ich habe jetzt in der Bearbeitungsleiste Salzburg Rufezeichen Bertha 6 stehen. Innsbruck wäre wieder weg, was natürlich ungünstig ist, weil ich möchte ja den Wert aus allen Tabellenblättern berücksichtigen. Somit kehre ich zu Innsbruck zurück. Damit der Computer jetzt weiß, dass er von Innsbruck bis Eisenstadt alle Tabellenblätter berücksichtigen soll, halte ich die Umschalttaste auf der Tastatur gedrückt und klicke jetzt auf das letzte Tabellenblatt drauf, dass er auch berücksichtigen soll. Alle dazwischen werden automatisch mit berücksichtigt. Somit steht jetzt in der Bearbeitungsleiste Summe von Innsbruck. Der Doppelpunkt heißt ja bis, also Innsbruck bis Eisenstadt und zwar immer mit der Zelle Bertha 6. Damit der Computer jetzt weiß, dass ich soweit fertig bin, bestätige ich die Eingabe entweder mit Hilfe der Enter-Taste oder mit Hilfe des Häkchens in meiner Bearbeitungsleiste und der Computer zeigt mir das Ergebnis für das erste Quartal an. Möchte ich jetzt auch das Ergebnis für das zweite, dritte und vierte Quartal haben, kann ich natürlich die Berechnung theoretisch nochmals durchführen. Einfacher ist es, wenn ich aber am Anziehpunkt der Zelle das Ganze nach rechts rüber ziehe. Es gelten auch zwischen den Tabellenblättern relative Bezüge. Also wenn ich das Ganze um eine Position nach rechts rüber ziehe, wird er nicht mehr wie zuvor Bertha 6 verwenden, sondern in dieser Zelle natürlich Cäsar 6. In der nächsten Zelle Dora 6 und in der nächsten Zelle Emil 6 aus diesen Tabellenblättern Innsbruck bis Eisenstadt. Also er hat die Berechnungen korrekt durchgeführt, so wie ich das eigentlich wollte. und das ist jetzt eigentlich die Berechnungen korrekt durchgeführt. Es wird in der nächsten Zelle Dora 6, es wird in der nächsten Zelle Dora 6, es wird in der nächsten Zelle Dora 8. So wie ich das nochmal kann, es werden in der Zelle dachten. Untertitelung des ZDF, 2020